Musik Ein Erleben, das uns immer wieder treffen kann, liebe Zuschauende. Es geht nicht mehr weiter. Wortwörtlich gemeint, wir haben uns irgendwo verlaufen. Es geht nicht mehr weiter im übertragenen Sinne. Wir wissen einfach nicht mehr weiter, sind in einer verfahrenen Situation. Was tun? Ich hebe meine Augen auf. Das ist ein Beginn. Augen auf und Kopf hoch, umsehen. Nicht nur nach unten blicken, nicht nur die scheinbare Ausweglosigkeit sehen und annehmen, sondern Augen auf, Kopf hoch, umsehen. Ich hebe meine Augen auf. Woher kommt mir Hilfe? Diese Frage ist ein erster Schritt, denn sie macht deutlich, ich brauche Hilfe und werde sie suchen. Und, so sage ich als Christin, mit Gottes Hilfe auch finden. Ich will darauf vertrauen und kann mich darauf verlassen. Es wird Hilfe geben. Beim Entdecken von Hilfe, beim Entdecken neuer Wege, brauche ich offene Augen, offene Sinne und Bereitschaft zum Suchen, Finden und Annehmen von Hilfe. Ich hebe meine Augen auf. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Hilfe. Wege aus der verfahrenen Situation. Wege in neuer Orientierung. Ein Blick zum Himmel. Und auch immer mal wieder ein Blick um mich herum, um mich neu zu orientieren. Das gehört für mich zusammen. Hilfe ist da. Durch Menschenhand und Gott gegeben. Gute Wege wünsche ich uns, liebe Zuschauernde. Gute Wege wünsche ich uns, liebe Zuschauernde.